Hallo liebe Aktienfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Basti und im heutigen Video geht es um RATE bzw. REIT Aktien. Dabei erkläre ich kurz, was REIT Aktien überhaupt sind, welche Vorteile die Unternehmen davon haben, welche Vor- und Nachteile es für Aktionäre gibt und zum Schluss stelle ich noch 10 interessante REIT Aktien vor. Und schon kann es losgehen. Was sind REIT Aktien bzw. REIT Aktien überhaupt? Die Abkürzung REIT kommt aus dem Englischen und steht für Real Estate Investment Trust. Bei REIT Aktien bzw. REIT Unternehmen handelt es sich um Unternehmen, die börsennotiert und im Immobilienbereich tätig sind. Diese Unternehmen sind dafür bekannt, dass sie hohe Gewinnausstattungen an die Aktionäre vornehmen. Dabei sind die Unternehmen in verschiedenen Branchen tätig, z.B. im Einzelhandel, Büros, Lagerhäuser usw. Doch was haben die Unternehmen davon? Welche Vorteile gibt es für sie? Und zwar, REIT Unternehmen erhalten Steuervorteile bzw. sie müssen keine Unternehmensteuern zahlen, wenn sie mindestens 90% der Gewinne an die Aktionäre ausschütten. Und dies kann natürlich sehr lukrativ sein und die Unternehmen können höhere Renditen erwirtschaften. Aber ganz steuerfrei geht es natürlich nicht, denn am Ende bzw. bei der Dividendenausschüttung muss noch die Kapitalertragssteuer bezahlt werden. Diese ganzen Vorteile hören sich erstmal nicht schlecht an. Doch welche Vorteile gibt es noch für die Aktionäre? Zum einen haben wir hier eine hohe Dividendenausschüttung, denn 90% der Gewinne müssen die Firmen an die Aktionäre ausschütten. Und zum anderen können sich die Aktionäre Diversifikationen ins Depot holen, durch eine breite Palette an Immobilien. Eine weitere tolle Sache ist, dass man die Immobilienaktien leicht handeln kann, bzw. die Aktien schnell verkaufen kann, falls man Geld benötigt. Wenn man eine feste Immobilie besitzt, geht dies natürlich in der Regel nicht so schnell. Und im Vergleich zum klassischen Immobilienmarkt braucht man gar nicht viel Geld bzw. bereits ein geringes Investment ermöglicht die Teilhabe am Immobilienmarkt. Doch natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt und es gibt auch Nachteile für Aktionäre. Ein klassischer Nachteil ist natürlich das hohe Risiko aufgrund von Zinsänderungen, das man auch bei anderen Aktien hat. Zudem gibt es bei REIT-Aktien nicht allzu viel Spielraum für Unternehmen, da es diverse Regulierungen gibt. Auch kann sich ein Abschwung auf dem klassischen Immobilienmarkt negativ auf die Aktienkurse bei REITs auswirken. Zudem ist ein kleines Problem, dass es in Deutschland nicht allzu viele REIT-Aktien gibt. Doch dies könnte man nun als Meckern auf hohem Niveau bezeichnen. Doch nun geht's gleich los mit den 10 Top-Aktien aus dem REIT-Bereich. Vorher würde ich euch aber noch bitten, lasst gerne noch ein Like und ein Abo da, falls euch dieses Video gefällt. Denn nur dank euch kann dieser Kanal weiter wachsen. Ich freue mich natürlich über Ihre Unterstützung und sage schon mal Danke. Und los geht's. Das erste Unternehmen dürfte wahrscheinlich allen bekannt sein. Realty Income. Ein Unternehmen, das in Gewerbeimmobilien wie zum Beispiel in Supermärkte oder Drogerien investiert. Eine Aktie kostet hier aktuell um die 48,90 Euro. Die Dividendenrendite beträgt 5,92%. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich auf 41,94 Milliarden Euro. Das Tolle hier ist, dass das Unternehmen eine monatliche Dividende auszahlt. Das heißt 12 Mal im Jahr. Werfen wir aber noch einen Blick auf den Kurshauter auf die letzten 5 Jahre. Dieser könnte zwar besser sein. Doch ich habe auch selbst Aktien von dem Unternehmen in meinem Depot. Und ich bin auch langfristig davon überzeugt, dass es mit der Aktie auch wieder hochgehen wird. Den niedrigen Kurs nutze ich hingegen, um regelmäßig Aktien nachzukaufen. Bitte beachtet da, dass ich auf meinem Kanal keine Anlageberatung mache, sondern nur meine persönliche Meinung veröffentliche. Doch nun springen wir zum zweiten Unternehmen. Emelken Tower. Das Unternehmen ist ein Betreiber von Anlagen für Drahtloskommunikation. Der aktuelle Kurs beträgt 166,26 Euro und die Dividendenrendite liegt bei 3,61%. Auch bei diesem Unternehmen haben wir eine hohe Marktkapitalisierung. Diese liegt bei 79,27 Milliarden Euro. Die Dividende wird hier allerdings viermal im Jahr ausgeschüttet. Hier blende ich noch den Kursvorlauf der letzten 5 Jahre ein. Und man sieht, dass dieser nicht allzu gut ausschaut. Doch nun springen wir zum nächsten Unternehmen, das ich persönlich interessanter finde. Public Storage. Dieses Unternehmen besitzt, betreibt und verwaltet Self-Storage-Anlagen. Auf solche Übersätze bedeutet das, dass Leute sich Lagerflächen anmieten und diese dann selbstständig nutzen können. Eine Aktie kostet hier 255,90 Euro ungefähr und die Dividendenrendite liegt bei 4,36%. Die Marktkapitalisierung liegt hier bei aktuell um die 45 Milliarden Euro und die Dividende wird viermal im Jahr ausgeschüttet. Der Kursvorlauf der letzten 5 Jahre kann sich hier auf jeden Fall sehen lassen. Auf 5-Jahress-Sicht gab es hier zu der Dividende dazu noch ein Wachstum von über 32%. Das nächste Unternehmen ist Omega Healthcare. Ein Unternehmen aus der Gesundheits- und Pflegebranche. Hierbei konzentriert sich das Unternehmen auf Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime. Eine Aktie kostet hier aktuell um die 28,50 Euro und die Dividendenrendite liegt hier bei sagenhaften 8,74%. Die Marktkapitalisierung ist hier allerdings noch nicht ganz so hoch und liegt bei aktuell gleich über 7 Milliarden Euro. Bei der Dividende gibt es auch hier keine große Überraschung. Diese wird viermal im Jahr ausgezahlt. Auch wenn der Kursvorlauf hier nicht allzu gut ausschaut, so finde ich, dass er sich seit vier Jahren halbwegs stabilisiert hat. Gepaart mit der starken Dividende finde ich das Unternehmen gar nicht mal so schlecht. Das nächste Unternehmen ist Prologis. Das Hauptgeschäftsfeld hier sind Logistikimmobilien, wie zum Beispiel Lagerhäuser und Distributionscenter. Eine Aktie kostet hier aktuell um die 112,70 Euro und die Dividendenrendite liegt hier bei knapp unter 3%. Die Marktkapitalisierung kann sich hier auf jeden Fall sehen lassen. Diese liegt aktuell bei knapp unter 107 Milliarden Euro. Die Dividende wird hier viermal im Jahr ausgestüttet. Nun werfen wir noch einen Blick auf den Kursvorlauf der letzten 5 Jahre. Und hier sehen wir auf 5 Jahre Sicht ein Wachstum von über 35%. Meiner Meinung nach ist das Unternehmen durchaus interessant und es befindet sich auf meiner Watchlist. Genauso wie das nächste Unternehmen. Digital Reality. Dieses Unternehmen hat sich auf das Betreiben von Rechenzentren spezialisiert. Eine Aktie kostet hier aktuell um die 132,50 Euro und die Dividendenrendite liegt bei 3,41%. Bei der Marktkapitalisierung haben wir einen Wert von 41,25 Milliarden Euro und das Unternehmen schüttet viermal im Jahr eine Dividende aus. Im letzten Jahr gab es hier einen ordentlichen Abschwung, wie bei vielen anderen Tech-Werten. Doch nun ist der Kurs auch wieder ordentlich angestiegen. Und auf Jahressicht gibt es hier einen Wachstum von knapp unter 23%. Crowncastle ist das nächste Unternehmen. Es ist ein Betreiber von Telekommunikationsnetzen. Eine Aktie kostet hier aktuell um die 90,80 Euro und die Dividendenrendite liegt bei 6,45%. Bei der Marktkapitalisierung haben wir einen Wert von knapp unter 40 Milliarden Euro und das Unternehmen schüttet viermal im Jahr eine Dividende aus. Der Aktiencharter auf 5 Jahre Sicht gefällt mir hier allerdings nicht allzu gut. Deswegen würde ich das Unternehmen hier erstmal außen vor lassen und zum nächsten Unternehmen springen, das einen deutlich besseren Chart hat. Iron Mountain, ein durchaus interessantes Unternehmen, wie ich finde. Es spezialisiert sich auf die Lagerung und Speicherung von Datensätzen. Der Kurs einer Aktie liegt hier aktuell bei 71,62 Euro und die Dividendenrendite liegt bei 3,35%. Bei der Marktkapitalisierung haben wir einen Wert von 20,66 Milliarden Euro und das Unternehmen zahlt auch hier viermal im Jahr eine Dividende aus. Und nun werfen wir einen Blick auf den 5-Jahre-Start. Und diese Entwicklung kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Auf 5-Jahre-Sicht haben wir hier nämlich ein Wachstum von 123%. Ein durchaus interessantes Unternehmen, wie ich finde, das man sich auch näher angucken sollte. Doch heute gibt es ja nur die Kurzfassung und zwei Unternehmen haben wir noch. Das vorletzte Unternehmen der heutigen Übersicht ist WP Carey. Dieses Unternehmen ist im Bereich Gewerbeimmobilien unterwegs. Hier hat man allerdings ein breites Portfolio, wie zum Beispiel Lager, Büros, Flächen für den Einzelhandel und so weiter. Eine Aktie kostet hier aktuell um die 51,66 Euro und die Dividendenrendite liegt bei 6,95 Euro. Die Marktkapitalisierung liegt hier bei 11,37 Milliarden Euro und das Unternehmen zahlt eine Dividende viermal jährlich aus. Der Aktien-Chart auf und fairer Sicht sieht hier vielleicht nicht allzu gut aus. Doch dennoch finde ich das Unternehmen recht interessant und es könnte interessant für einen leichten Turnaround sein. Gepaart mit der starken Dividende, für mich durchaus interessant. Und nun sprechen wir zum letzten Unternehmen, Innovative Industrial Properties. Dieses Unternehmen vermietet Industrieimmobilien an Cannabis-Produzenten. Eine Aktie kostet hier aktuell um die 91,72 Euro und die Dividendenrendite liegt bei 7,31%. Die Marktkapitalisierung ist hier aber recht gering und beträgt nur 2,58 Milliarden Euro. Die Dividende wird auch hier viermal im Jahr ausgezahlt. Und nun werfen wir noch einen Blick auf den Kursverlauf der letzten 5 Jahre. Auf und fairer Sicht haben wir hier aktuell sogar ein Plus von 24,6%. Allerdings muss man hier auch sagen, dass die Aktie im Jahr 2021 über 200 Euro wert war. So, das waren jetzt sehr interessante Redaktien in einer Kurzvorstellung. Und nun würde es mich natürlich interessieren, welche Redaktie ist euer Favorit? Schreibt hierzu gerne einen Kommentar und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch andere Aktienvorschläge habt. Für die kommende Woche wünsche ich euch natürlich tolle Renditen und schon nächsten Sonntag gibt es dann das nächste Video. Bis dann und ciao, ciao.